moin leute was geht hieß wer der geist in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr nun die neo wings bei fortnite bekommt leute und zwar ist das diesmal von fortnite bestätigt das ganze offiziell bestätigt wenn ihr auf die fortnite seite geht dann seht ihr auch einen trailer dazu zu dem live event und hier sind noch paar daten und auf twitter habe ich jetzt gelesen leute die haben einen post darüber gemacht den zeige ich euch mal und zwar steht hier zur premiere von party royal erwartet euch außerdem ein party geschenk das sind dann die neomings wenn ihr euch zwischen samstag dem 9 mai 0 uhr und montag den 11 mai 16 uhr in fortnite einloggt erhaltet ihr kostenlos das neue rücken accessoire neon schwingen das auf musik reagiert also leute was müsst ihr machen einfach am samstag den 9 mai also zwischen samstag den 9 mai und montag den 11 mai 16 uhr in fortnite einloggen und ihr hattet die neomings ich hoffe euch hat das video gefallen leute falls ja lasst doch ein like da ein kommentar wenn nicht schlecht und falls ihr noch kein abo seid freue ich mich auch über jegliche jeglichen abo von euch vielen dank und bis zum nächsten mal ciao